Das ist doch ein Kinderspiel für uns, oder? Das schaffen wir doch locker. Schrotflinte? Schießt doch wieder auf den gleichen, oder nicht? Ja. Sehr gut gezielt, muss ich ja wirklich sagen. So, allerdings ist die HP mittlerweile, naja, nicht so ganz so geil, ne? Irgendwie haben die jetzt insgesamt mehr HP als wir alle zusammen. Aber wir haben bestimmt sicherlich jetzt Waffen, sag ich mal, die uns helfen, auch das hier zu überleben. So, guck mal hier, da haben wir noch eine Heal-Kiste. So. Springen wir doch mal nach hier oben. So, und jetzt... Seht ihr den Typen da oben? Würde ihn am liebsten treffen, aber irgendwie schwenkt er grad so viel. Oh Gott. Dann kriegst du das ins Face. Versteck mich mir einfach mal hier hinter. Der erste Schuss war nämlich Ultra-Fail. Yeah! Guck mal, noch mehr Lebensenergie ist da. Wie viel Damage macht eigentlich Sniper? 50? Ja, ja, 40. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Johnny, das LP ist, glaube ich, sogar jetzt dran. Genau. So, Johnny. Du willst dir das doch bestimmt nicht gefallen lassen, oder? Das, was der Typ gerade mit dir da oben gemacht hat. Du wirst ihn bestimmt sicherlich auch wegsneaken wollen. So, hier stehe ich gut. Eigentlich wollte ich ihn runterkicken, sag ich mal, aber dafür hat das zu wenig Rückschlag irgendwie. Oder einfach nur zu wenig Wucht nach vorne. Rückschlag wäre, wenn ich da zurückfliegen würde, aber... Ich meine das halt nur umgekehrt. Giffeil. Den machst du ja echt senkrecht. Ja, bestimmt genau passend bei TMS-Schaffreihen, oder? Boah, seriously? Krass. Ey, was? Die Kiste heilt mich nicht? Kein Stück? Boah, der ist so mies, der Typ. Ich sag's dir, mein Freund. Was? Wie kann man denn das verkacken? Das geht doch gar nicht, ey. Tschüss, ey. Meine Phrase. Ja, komm, ich stell mich genau vor dir. Egal, was du also vorhast. Du wirst mit mir sterben. Ah, damit siehst du wieder gesund und rosig aus. Guck mal, die ist gerade für Johnny gemacht. Giffeil. Ey, das geht doch auf deinen Kollegen, das weißt du schon, ne? Hahaha. Du bist ja echt ein Napp. So, schönen Tod, töt, äh, töt noch, ne? Schönen Tod noch wünsch ich. So, also du gehst mal erstmal runter von deinem hohen Ross. Mein Freund. So, ich versteck mich einfach mal wieder hier hinter. So, haben wir den schon mal unten. Ich denk mal nicht, dass du da wieder hochgeklettert kommst. Und guck mal, noch eine HP-Kiste. Ach, es gibt so viele davon. Ist das nicht schön. So eine schöne, wundersame, bunte Welt mit so vielen Würmern. Die sich gegenseitig bekriegen mit Waffen. Ach, so atmosphärisch. Ey, war das nicht der Fall daneben? Ey, der Typ will das Boom machen eigentlich, oder? Ah, ne. Okay, auf einen HP ist er jetzt reduziert. Dann kann ich ihn ja jetzt kaputt machen. Also, einmal hier. Und einmal... Einmal... Moment. Und einmal den hier. Boah, ich hoffe, der kriegt noch Falsschaden dazu. Hätte er zumindest verdient. Sehr gut geschossen, der Messröf. Sehr gut. Ich glaube, der will auch einen Giftfall kassieren, der hier hinten, oder? Wohin mit dir? Alter! Könnt ihr mir mal erzählen, wie viel Aim der Typ hat? What the fuck? Seriously. Sagen wir mal so, er wird nicht mehr lange leben. So. Springen wir jetzt hier rüber. So, ich wette, ich verfehle den sowieso. Wieso bewegt sich das so krass? So. Einmal kriegt der einen Shot ab. Und einmal der hier. Bam! Sag ich nur dazu, oder? Komm, Leute, wir haben es gleich geschafft. Das ist nur noch ein ganz, ganz kleines Stück. Noch einen Shot braucht der und dann ist er finito. Caputo! Comprendo. GIF-File. Aha, wen will er treffen eigentlich? Johnny oder T-Maze-Straff? Ich glaube, der will auf T-Maze-Straff. Okay. Was machen wir jetzt mit dem hier? Boah, wir kommen hier einfach total gekonnt raus. Einfach nur Obergenius. So. Dann wird T-Maze-Straff wohl dein Ende sein, Sirloin, würde ich sagen. Nochmal lassen wir dich nicht an Zug. So, dann wollen wir doch mal. Das war's mit dir. Du Arsch. Das muss eingesammelt werden. Ah, das ist kein Problem. Kommt drauf. Kommt. Ah, hm. Kann gar nicht laufen. Achso. So, Moment. Ich sammle eben mal kurz dieses HP-Ding ein, obwohl das total unnötig ist. So, wo ist denn dieses Ding? Wo ist denn das jetzt gespawnt? Achso, hier, vorne drin. Okay. Da hätten wir das ja schon. Wee. Und ich bin froh darüber, dass es uns das ist. Juhu. Mission Erfolgreich. Bende. Du hast das Level in 13 Minuten geschafft und vorgeben Zeit war 9 Minuten und 30 Sekunden. Not too shabby. Burgtheater. Gut gemacht. Klasse. Wir haben endlich alle Stücke der Zeitmaschine zusammen. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist sie wieder zusammenzubauen. Gut, dass wir die verlassene Burg gefunden haben. Sie wird uns vor dem Regen und vielleicht auch vor dieser Armee schützen, die uns dicht auf den Fersen ist. Gib mir Deckung, solange ich sie wieder zusammensetze. Danach machen wir uns aus dem Staub. Da wollen wir mal. Absolut kein Problem. Oh, nein. Der inverse Gravitable ist fluchst. Professor. Oh, troublesome student. What? Oh, that's pretty. Great Scott. For Newton's sake. What's going on? It's a battle, sir. Eek. They're firing, sir. They're firing. Don't just stand there. Fire back, you fool. Right you are. Ready? Aim. Fire. Oh, heck. Let's give them another volley, lads. Ready? Aim. Fire. Mother. Okay, das wird interessant. Shutoxys ist alle. Inwiefern bin ich denn alle? Also der Typ hier oben, der will unbedingt sterben, habe ich gehört. Nur so ein Gefühl. Okay. Es war auf jeden Fall nicht perfekt. Das war eigentlich mega schlecht. Ich habe den drei Damage, habe ich gemacht. Wow. Das ist ja unglaublich schlecht gewesen. Egal, gleich kommt meine große Rache. Ey, 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 ey. Du musst da oben mein Schiff kaputt, Mann. Mein armer Professor. Chill, mal. Ey, guck mal da. Es ist Nightcap. Oder Cap. What the fuck. Whatever. So, ich würde sagen, der ist kaputt. Oh, ja. Night Long Infantry. Bazooka. Ah, der geht bestimmt auf Dings, oder? Ja, habe ich es doch gedacht. Auf Sieboi drauf. Hauptsache, unser Prozessor stirbt nicht. So lange ist alles im grünen Bereich. Moment mal eben. Ey, ey, ey. Kamera glitsch nicht so rum. Beruhig dich. Boah, nur ganz leicht glitsch das rum. So, guck mal hier. Da haben wir so ein Typ, so ein Night. Der hat wenig HP. Und der hat auch ziemlich Angst vor uns. Tschüss. Ich bleib hier schön oben. Hier kann mir nichts passieren. Hier ist gleich. Tschüss. Gute Nacht. Tod. Gute Nacht, mein Schatz. Ich meine, hier gab es sogar irgendein Secret einzusammeln. Und zwar, wenn man irgendwie hinter dem Gebäude geht. Hinter der Burg. Da habe ich irgendwie sowas in Erinnerung. Aua. Was? Wir sind kaputt. Wir sind tot. Ich glaube, die Mission war ziemlich schwer. Was? Leute, jetzt mal seriously. Wie konnte denn sowas passieren? Ey. Ey. Das war einfach ja nur Lack von den Gegnern. Was hätte ich denn da machen sollen? Okay. Nochmal von vorne. Nur diesmal in schön. Ich könnte damit anfangen, versuchen, den da besser zu treffen. So. Ich setze das Ding einfach mal hier hin. Stell mich hier oben auf die Plattform. Nehme meine Bazooka. Und hau den verdammt nochmal weg. Tschüss. So. Also. Was? Der hat zwei AP übrig. Ich glaube das nicht. Okay. Okay. Ey. Du kleines Arschloch da vorne, ne? Ich weiß. Du stehst da richtig doll drauf. Auf deine Mite. Deswegen ist das hier eine Babarashung für dich. Einen schönen Flug wünsche ich dir. Was? Wie soll das gehen? Wie? Also fair, was da passiert ist, war es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt ist der aber hundertprozentig tot. Also da setze ich keinen Zweifel dran. Oh ja, das hat ihn weggefetzt. was? Perfekt schockt. He was a brave one. Geräuslich sein Ernst? Wache! Oh oh. Hm. Ich dachte, ich würde tiefer fliegen. Hm, 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 hm. So, also. Ah, scheißen, Like. Naja. Gucken wir mal, was du jetzt machst, wenn ich da genau vor deiner Fresse klebe. Oh. Das war Tricky Disco. No, aber ich bin jetzt wieder dran. So. Ja, Seaboy, du bist dran und, ähm, du darfst dir überlegen, was du da kaputt machen willst. Hm. Ich würde sagen, du machst den nach vorne kaputt. Hm, Moment. Ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Also. Wir gehen, du gehst jetzt hier nach oben. Schießt auf den Typen. So. Dann gehst du noch ein Stück höher. Und machst hier ein auf Bäm. Oh. Bäm, habe ich gesagt. Wollte schon sagen, wieso schießst du nicht? Aber es hat alles wunderbar noch funktioniert. Nichts leichteres als das. Das kriegen wir schon hin. Was hast du vor? Was macht der für eine Bullshit? Oh ne, nicht die Bananenbombe wieder. Die ist overkill. Hä? Was zum Teufel war das jetzt gerade? Ähm. Hm. Ich könnte mich eigentlich um diesen kümmern. Holzhammer. Hups. Bäm. Wie viel macht der eigentlich an Damage? Hups. Jetzt bin ich hier unten. Hups.